Wir fahren wieder Richtung Sandy Shores Wird dich in Ordnung, wenn ich positione Bei diesem Warnrecht dort im Geragentoll Dann haben wir gesagt, ich fahre Query Übers Feld, Richtung dieser großen Fabrik Labs Du kannst da in dem Vorraum Dich hinstellen und auch bei dem Blinklicht, allerdings dort vorsichtig Weil, wie gesagt, näher können wir nicht ran Weil die weiterhin absichern Das ist Blomme, der das ganze bei denen leitet Der erkennt Human Labs in- und auswendig Hier befindet sich auf dem East Road Fahrt Richtung Norden Wir schießen schon Gibt's ein Auto, wo wir vielleicht zum Orten kommen? Ja, ich schieße auch Ja, die befindet sich dazwischen D4460 könnt ihr Orten Die blauen Fahrzeuge Können sie 012 Standpunkte für das FLB Fahrzeuge fahren weiter Richtung Norden Wald Fahrten mit her, glaube ich Die fahren mit her Ein Fahrzeug in der Mitte Glauben meine Begrifflichkeiten Wissen sie, was man über Leute sagt, die Begrifflichkeiten Klauen oder Allgemein Klauen Ganz böse Menschen Ein sieben böser Mensch Schüsse auf uns, oder? Voll rein ins Fahrzeug, die Person Ja, wenn da ein blaues Fahrzeug Richtung Norden Moor Richtung Süden Aufgegeben Das eine blaue Fahrzeug fährt jetzt am Schock bei Griechen Paleto Einstatt dem Reifen zerschlossen? Ja, sehr gut Daher Unterstützung in Paleto Ein Schäfter hier Auf den Gleisen hoch Kommt brauche ich genug dabei Für die kann sich vorher erstmal anschließend Steigen aus, steigen auf Vorwärts von der Armee Die sind raus Die sind ausgestiegen Die sind ausgestiegen Okay, reparier bitte kurz Und fahr Richtung Paleto weiter Schieß mal weniger Schieß weniger beim Zwischengang Die können uns nichts Die müssen kommen Schieß nur unsere Munition Die wissen, dass unsere Munition begrenzt ist Okay, einsteigen Macht dann zu, wenn du drin bist Wenn ihr dort an den Kisten mal auf jemanden schießen wollt Nehmt die Kiste Aber nicht von den Langwaffen Blaues Fahrzeug ist jetzt in Paleto Fährt weiter Richtung Süden Wir brauchen weitere Paleto Also haben die eventuell dann den Eindruck Dass wir keine Munition mehr haben Wir brauchen weitere PD Einheiten in Paleto Fahrzeug ist in Paleto Die sind froh, macht sich auf dem Weg nach Paleto Zwei Leute legen wir von dem langen Fahrzeug Kriegen sie die ab? Wo genau in Paleto? Lassen wir jetzt aus Paleto wieder raus Bleiben sie schön in ihrer Deckung Kriegen wir aber locker Die fahren unter Reiß Ja, wir müssen einen Abstand halten Die sind sofort Alle, die jetzt hier gerade am Feuern sind Achtet auf eure Munition Ihr habt die Möglichkeit euch neue Munition zu holen Die nicht Das heißt die leer schießen lassen Und dann nach und nach Dann Druck machen von draußen Dementsprechend ruhig feuern Fahrzeug fällt jetzt gleich über die Das SWAT wird beschossen Das SWAT wird beschossen Das ist das SWAT im Buzzer Nicht den Buzzer abschießen Ein West Checkpoint über die Am West High Wiederhol nochmal, schwarzer Buzzer Gleich an der Chumash Garagen Vorbei noch nicht Sind jetzt in der Todeskurve Jetzt ist am Chumash vorbei Da sind sie Da sind sie Ja Wartet schon noch Und dann gleich höchstens Wenn ich in den Armee Tunnel rein Oder Rechts außen rum Ja, jetzt hab mal einen Ein Großfahrzeug konnte gestern Ja, ich seh den nicht Fahrzeug fährt in den Nicht in den Armee Tunnel rein Sondern rechts durch Kurz vor dem Armee Tunnel Das ist unsere Einheit Das ist unsere Einheit Blaue Cargobox Welcher am Alienpark war Irgendwie losgeflogen Richtung Sandy Airfield Warum fährt man da nicht zu? Man fährt gerade das Übernehmt sich das bitte meine Position Übernehmt sich das bitte meine Position Die Flight des Forks Ist jetzt gleich Richtung Natürlich Gebiet Der blaue Cargobox Fliegt weiter durch den Harmonie Ja Ja Können die mit zwei Fahrzeugen nicht campen Wird die machen 180 km Fahrzeug ist im Naturschutzgebiet jetzt Unter der Brücke Fast Links davon Ja Fährt weiter westlich Östlich im Naturschutzgebiet Stop Der blaue Cargobox Landet an der Harmonie KW Garage Fahrzeug fällt weiter durch den Süden Im Naturschutz Wenn du hier links rüber fährst Bei Sprung geht das Ist nicht im Wasser stecken geblieben Genau Jetzt gleich bei der Krüppentanke Wahrscheinlich äh Südlich weiter Positive Gerade aus dem Berg hoch Nein Ist jetzt schräg rechts Oh fuck Alles gut Der östlich Richtung Harmony Garage Easy Ziel Harmony Auf dem Wert bei Harmony PKW Garage Cargobox Start ist wieder Ebenso Benzen flüchtig Hier links Genau Perfekt Easy Ok Mit das Mies Benzen steht auf der Straße Höhe Short Cargobox Weiter flüchtig Klaus Fahrzeug fährt immer noch Richtung Harmony Jetzt am Südtor vorbei Bei der Einfahrt Vielleicht ist die Verarbeitung Ammonation vorbei Ich sagte die Karre Die ist nicht so Witzig Ja die rutscht aber Dafür ist sie schnell Fahrzeug fährt sie jetzt Am alten Sumpfgebiet vorbei Hier Halten Sumpfgebiet Ja die sind Eigentlich so weit weg Östlich Richtung Harmony Aber wir sind hier Ja Cargobox Fahrzeug Weiter Richtung Harmony Ist sehr langsam Wir auf gerader Streck Gleich an der Harmony Garage vorbei Ist rechts an der Straße angehalten Er hat rechts an der Straße angehalten Dann werden die jetzt kommen Naja Ich müsste da rein Boah Gitterstück Da ist er Fahrzeug fährt nördlich Jetzt Die Täter kommen In den Eingang nicht rein Jetzt sprengt die Mist-Sau davon Halt jetzt von links So einer mittelstelle Ich werde ein bisschen weg auf die Eineinhalb bitte bleiben Da brauchst du flogen von denen Bleib bei denen Wahnsinn Die sind raus 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 Hallo Olaf Einmal komplett Euker absichern Einmal komplett Euker absichern Alle down Alle down Sind der blauen Schäfte gekommen? Für mich Für mich Herr Blomme Sie haben doch vor Sie haben doch vorhin Sie haben doch vorhin Sie haben doch vorhin schon meine Karriere erörtert Oder? Äh gefangen Gut Dann können wir ja jetzt halt wieder unser anbekanntes Achtung los Fahrzeug unten Was schon wieder an ist Fordern sie was von mir Ich werde doch reagieren Wollen sie was fordern oder wollen sie es doch ankommen lassen? Gut Oder wo wollt Wir sind gerade nicht Blauer Chef Da ist unten lang gefahren Ja hab ich gesehen Die kommen die kommen die kommen die kommen Schön Ich möchte hier nicht meine Leute reinschicken Ich möchte eine Lösung finden Aber auch diese Sachen werden irgendwann aufgebraucht sein Und was ist dann? Na müssen wir so eine andere Lösung finden Wir müssen so welche Lösung sie finden werden Sie werden keine Lösung finden Ganz interessant Seien sie nicht so stur Fangen sie an die Verhandlungen wieder aufzunehmen Ah Melden sie sich bei mir wenn sie sich anders überlegt haben Und dann haben wir für den Tiefhaus Ah Wir waren eigentlich schon weg aber wir haben Schüsse gehört Wir wollten mal nachsehen Ja gut angelockt sein wir ne? Köder ausgeworfen War kein Köder wir sind jetzt hier höher Einen Officer gehts gut? Okay Gut dass wir mit der Beute weggekommen sind Ja wunderbar Dann hoffen wir noch dass sie mit ihrem Leben davon kommen ne? Check Agent 35 Das war sie Das war sie Das war sie Das war sie